Wir werden jetzt gleich eine Rede von einem Mitglied der Gruppe La Pedusa in Hamburg machen. Uyayeto! 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 So, wir sind hier. Wir sind La Pedusa in Hamburg. Und wir sind heute in Berlin. Damit wollen wir euch zeigen, dass wir immer noch hier sind. Und wir kamen für unsere Richter. Bestimmt habt ihr vielleicht alle hier über La Pedusa gehört. Wir sind ungefähr seit vier Jahren jetzt in Hamburg. Und unser Kampf immer geht weiter. Und wir wollen nicht aufgeben. Und wir rufen euch alle. Ja, hallo! Es ist nett, euch alle hier zu sehen. Wir sind hier von der Gruppe La Pedusa in Hamburg. Wir sind Flüchtlinge, die hier hier zu bleiben. Und wir kamen vier Jahre zu Hamburg. Und wir rufen alle, die besser machen möchten, die sie fehlen. Wie ihr seht, das fehlt jetzt alles Katastrophe. Überall Krieg, die Leute sterben durch Mittelmeer, Afrika, Syrien, alles die Länder zu sterben. Hier in Europa, die Leute sagen... Hier in Europa, die Leute sagen, ihr seid nicht willkommen. Wir sind die Leute, die Leute, die Leute sagen, ihr seid nicht willkommen. Und wir sind alle Menschen. Keine Menschen, die Leute sagen. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Das geht. Das ist ja. So. Wir sind hier dafür. Wir müssen viel mit euch machen, damit wir viel erreichen können. Sonst geht das nicht. Wir brauchen mehr Unterstützung. Wir rufen alle die Leute, die besser machen möchten in diesem Welt. Wir brauchen viele Leute, um unsere Ziele zu erreichen. Wir brauchen uns zu unternommen und zu protesten. Wir brauchen mehr Unterstützung und mehr Visibilität für unsere Herausforderungen. Wir sind froh, dass Sie hier sehen. Und wir müssen fortsetzen. Wir müssen uns gemeinsam kämpfen. Wir müssen uns gemeinsam kämpfen. Wir brauchen mehr von euch. Wir müssen uns einigen in unsere Lutte gegen diese Europäische Politik. Es ist gut, dass Sie hier sind. Wir müssen uns gemeinsam kämpfen. Die Leute fragen hier warum ihr hier seid. Aber die fragen sich nicht, was ist los da in Afrika. Oder wo die Sachen hier gekommen sind zum Beispiel. Oder zum Beispiel sagen die Flüchtlinge, wir müssen alles weg. Aber man fragt nicht nach, warum die sind weg. Warum die sind hier gekommen. Man fragt nicht nach hinten, was steht da hinten. Und man fragt auch nicht, wo die Sachen hier und viele Sachen hier zum Beispiel in andere Länder gekommen sind. Sie fragen nicht die richtige Frage. Niemand fragt warum wir hier sind. Und was passiert in unseren Ländern von Origen, in unseren Ländern von Provenien. Und wir wollen diese Frage. Denn das ist das, was wir brauchen Sie zu sehen. Ich mache jetzt Schluss. Und wir kampfen für unser Gericht gegen dieses System, bis sein Lesung finden und wir rufen alle die Unterstützung und ich danke euch und dafür, wir haben noch ein Limo, das am Samstag, 24.06.2017 in Hamburg, Abmannplatz und ihr seid alle ärztlich eingeladen. So, ich will enden die Intervention hier. Wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen und ich möchte euch alle, wie gesagt wurde, zur Demonstration am 24.06.2017 in Hamburg, am 2.00 Uhr. Ich termine hier, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen, und ich wünsche euch noch einmal noch ein paar Mal wieder auf 24.00 Uhr in Hamburg, am 14.00 Uhr. Wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen, wir müssen weitergehen.